hallöchen meine lieben grüße dich hier zu meinem neuen video und zwar zum action video ich bin woanders weil ich einige sachen brauche und auch unbedingt zum action musste so wie meine reisestrumpfe holen und so weiter ja und deswegen sind wir nach einem anderen großen action gefahren und ich hoffe ich kann was schönes für dich filmen also bleibt bis zum ende dran ich weiß nicht ob wir einkaufsfragen vielleicht besser oder ich will dieses so mit ihrem ordner schön Wow, ist das ein Bluetooth-Dings, so ein Bluetooth-Dings, Mikrofonmusik, ne? Das ist ein Bluetooth-Musik-Dings, was wir zu Hause haben, hier sind welche Kabeln. Oder ist das falsch, Söckchen, zwei Paar, solche Schlappen wären nicht schlecht, aber... Was ist das? Ich weiß nicht, nicht die Kabel. Ich weiß nicht, nicht die Kabel. Ich weiß nicht, ich habe nicht versucht, warum ich es ist. Ja, stimmt, stimmt. Ja, gibst deine Größe nicht, Schatz. Ich habe schon geguckt. Oh cool, hier gibt es sogar so eine kleinere. Ganz viele Boxen, aber auch hier viel Auswahl. Da gibt es auch eine größere Soundpaar, Schatz, 30 Euro, guck mal. Roseland. Kopfhörer. Okay, komm. Ich wollte schön ran zu. Anna, hier bleiben. Echt schöne Ranzen. Das berühmte Etikettgerät. Ist ja auch überall real. Auf TikTok und überall. Aber wir haben so ein Sauger. So ein Etikettgerät, das wir zu Hause haben. Guck mal, was für Brausen die haben. Schon das, was filtert, ne? Ja. Echt? Nee, das stinkt alles. Das ist... Das brauchen wir alles nicht. Das ist Salz. Kriege ich woanders. Das ist für unsere Spielmaschine, ne? Ja. Oh, auf das warungsboks. Ja. Oh, das ist mit dem Hobby. Oh, das war wir alles. Das war ich. Oh, das war jetzt. Erst, was ich hier, stata, war jetzt. Knoblauch zerkleinert. Ich glaube wir haben aber jetzt welche. 14,95 €. Hier ist auch schon Herbstdekor. Süß. Die sind sehr schön. Hier ist auch nochmal richtig schön. Ich suche jetzt meine Trombosstrümpfe. Die ich immer gerne hier hole und ich stehe nix. Oder ich bin blöd. Ne, das ist wahrscheinlich nicht. Das ist alles anders. Wow, cool. Antizellulite. Massage. So, alles ist schön. Wir brauchen die Strümpfe. Warte, da sind meine. Das ist auch cool für die Reise. So, jetzt sind wir hier. Cool, es gibt das jetzt. Aber ich nehme mir einmal die großen. 39,42 €. Gut. Perfekt. 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 Hast du eine Kühltasche gefunden? Ja. Sechs Euro. In der Steuer. So ein Ranzen. Kann man theoretisch für den Ausflug zum Beispiel auch mitnehmen, gell? Hm. Ich weiß nicht. Wollen wir einen Ranzen nehmen, oder? Wir wollen dann zwei. Eine reicht nicht. Kühltasche gibt es hier nicht. Wir müssen unsere Decke noch fein, klein zusammenfalten. Und... Nein, das ist Kissenbezug. Letztes Jahr hat Action ganz viel gehabt. Weil das ist kein... Doch, auch Kühltasche. Das ist auch eine Kühltasche. Ich würde zwar jetzt nicht übertrieben so hier halt tragen. Müsste... Du wolltest das fürs Wasser? Oder? Ich habe Angst, dass das hier, weißt du? Nein, Reis. Rücksack. So, Ranzen ist... Ich würde zwei gleich nehmen. Zum Beispiel grauer. Aber du musst probieren. Leg mal Sachen ab. Reißverschluss. Ob das so gut nicht kaputt ist, schützt. Weil hier passt es. Schaut mal Leute. Hier passt einfach gut einiges rein. Und wir haben hier noch einen Verschluss. Ja gut, hier ist ein ganz normaler Verschluss, aber... Geht gut zu? Das muss man immer prüfen. Anna bleibt hier. Jetzt musst du nur noch den prüfen. Hier ist auch eine Kühltasche, Schatz. Aber so eine ganz kleine, das bringt nichts. 2,99 Euro. Ne, das braucht man nicht. Ja, hier ist alles so. Ach gut. Schaut mal, so richtig gut ist. 2 Schälchen. 1,99 Euro. 1,99 Euro. 2,99 Euro. 2,99 Euro. 2,99 Euro. Das ist ein lustiger Streich, aber... Ich kann hier auch mich filmen. Ja, wobei... ganz so schlecht. Ich weiß nicht. Eigentlich hätte ich gern so eins genommen. Ich weiß gar nicht. Die kosten halt... Die ist halt günstiger. 2 Euro. In Kroatien waren sie um einiges teurer. Und für 2,99 Euro diese hier. Aber... Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, ich lasse es. Und dann sehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist die ganze Spielparadies noch. Na? Ich glaube, wir könnten sowas für Anna mitnehmen. Zum Spielen. Oder so in Eimer. Einmal seit 1,99 Euro. Eigentlich voll günstig. So, was haben wir hier noch? So, welche Bälle. Beide. Flugzeuge und, und, und. Ne, das brauchen wir. Für Arsenija braucht man aber nicht, Schatz. Wir haben hier für 8,99 Euro sowas hier. Hartplastik. Sonik ist das. Das ist ein Multica. Multica da. Sonik. Oh, Schatz. Weißt du noch? Wir haben... Also, ich habe als Kinder voll oft sowas. In Kirgizien habe ich sowas immer zusammengebaut. Hat mein Vater mir gekauft. Meine Mama. Wow, hier gibt es sogar ECE. 6,95 Euro. Oh, wie süß. Bibi. Die sind ja nie für 10 Euro. Was man sich alles nicht so ausdenkt. Für die Tidys. So, was ich hier liebe, ist einfach hier auch große Sortimente an Luftballons. An allen möglichen Sachen. Hier zum Beispiel so eine Luftballongelande. Ja, das brauchen wir nicht. Nur später für deinen Geburtstag. Leck hin. Ganz viel Geschenkpapier auf jeden Fall. Ja, Elektrogeräte haben wir hier auch. Was haben wir denn hier? Kühlbox. Klima, ne? Klima, Klima, Klima. So, was brauchen wir nicht? Das haben wir hier. Solche kleine brauchen wir nicht, gell? Da, Spielzeug. Was ist das? Schleim machen. Okay. Auch was Neues, ne? 5,95 Euro. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen Kosmetik noch gucken. Und die 3 ist bestimmt schon wieder... Was ist das? 2? Ist das grün? Die 3 ist nicht da. Die 3 ist immer ausverkauft. Was soll das? Ich krieg die Krise. Das habe ich hier. Und ich habe diese eine Maske nicht. Äh, diese ein Härtungsgerät nicht. Das große kann ich nicht jetzt ins Urlaub mitnehmen. Was haben wir hier noch? Waselinien, die Waselinien ist auch mega. Super einfach. Ah, nein, 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 nein. Und ja. Maximoa Highlighter Stick. Das ist auch was scheinlich Neues. So. So meine Lieben, wir sind jetzt fertig und fallen nach Hause. Ich zeig euch dann zu Hause unseren Einkauf. Ja. Bin happy geblieben natürlich. Mein Mann nicht so wahrscheinlich. Aber okay. Ja. Geld ausgeben, Geld ausgeben. Die Frau an der Kasse war super süß. Sie hat nämlich ähm... Störe ich dich mit dem Hinten. Sie hat nämlich ähm... Gefragt, ob ich die Gels für die Fingernägel vom Äckchen als Qualität gut finde. Und ich finde sie einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich halte mir vier Wochen länger. Ohne zu splittern, ohne sonstiges. Das ist so cool. Und ähm... Für 1,50 Euro toppt das einfach alles. Ich hab das jetzt nicht von dem und Rossmann von der Essence. Habe ich noch nicht ausprobiert für 4,95 Euro. Aber... Warum auch, wenn ich glücklich bin mit 1,50 Euro. Deswegen... Also Leute, meine Empfehlung. Falls du auch selber die Nägelchen machst. Ja. Und ansonsten... Sehen wir uns gleich zu Hause. So meine Lieben, wir sind zu Hause jetzt. Und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, was haben wir bezahlt. Sie haben 37,15 Euro bei Ackchen bezahlt. Und ähm... Ja. Jetzt seht ihr sowieso nichts, was nahe ist. Ich hab voll Zandschmerzen. Ich war auch heute so beim Zahnarzt. Es ist auch geschwollen. Ähm... Ja. Ich hab gebraucht einmal Schwimmel. Dann... Hab ich ja gesagt, ähm... Reisestrümpfe. Ich hab zwei Stück, aber die habe ich schon einige Male... Die sind gut, die habe ich aber einige Male schon angezogen. Und ähm... Genau. Und die sind halt gut. Ich wollte neue mitnehmen. Die sind von 99 Cent auf 1. 99 teurer geworden. Aber ich meine, 1 Euro mehr. Für 2 Euro ist es auch günstig. Die kann man richtig lang und oft anziehen. Dann hat Anna sich sowas hier ausgesucht. Mein Mann hat das mitgekauft. Ich hätte das nicht gekauft. Also pure Chemie. Dann habe ich eine und auch nur eine diese Masken gefunden. Ich habe die Wäsche für den Urlaub mitgenommen. Und ich habe jetzt eins nochmal für zu Hause. Ähm... Ja, dann haben... Hat mein Mann noch hier für die Jungen... Hat ein paar Kopfhörer mitgenommen. Die sind zwei gleiche. Einmal. Genau. Sowas. Und... Was habe ich hier? Zu guter Letzt habe ich hier noch... Ähm... Die Gels von Action. Also die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist... Mom... Von wo habt ihr das geholt? Anna. Wo? Vom Zimmer. Ähm... Die nehme ich super. Ich habe endlich und nur zwei die Nummer drei, also ne, Topcoat, also Versiegelungsgel gefunden. Und davon habe ich auch zwei direkt mitgenommen, weil ich meine Nägel ja mache. Selbst. Und das ist wirklich mega, mega gut. Also... Dann habe ich eine neue Farbe entdeckt. Ich habe jetzt rot. Dann habe ich diese Nude-farbenes. Und dieses ist so ein grünes. Ja. Und die liebe... So eine süße Kassiere, die war auch mega, mega höflich und nett. Das ist so ein olivgrün. Gefällt mir aber. Gefällt mir mega. Und... Da kann man sowohl für Sommer, kann man auch sowohl... Ähm... Das stinkt nach Gel halt. Ähm... Auch für Herbst und sonst was nutzen. Genau. Jetzt habe ich alles, was eigentlich in Action ist. In... Wäre heute cool, wenn die noch, ähm... Zuckel, Brosa oder irgendwie noch so andere Farben blau raus, ähm... Bringen und verkaufen. Aber ansonsten... Drei, äh... Gellaker. Also Farblaker sind das ja. Rot, dieses olivgrüne und das eine... So Typ. Und... Ähm... Halt... Ne... Wie heißt das denn? Base. Und einmal Topcoat. Also... Was will man mehr? Für 1,50 Euro sowieso. Und ich meine, die halten. Die halten. Die halten wirklich super, super lange. Ich habe jetzt eine andere Farbe hier drauf, aber... Äh... Der Rest ist ja alles von Action. Und ich hatte auch die roten. Die roten habe ich 4 Wochen getragen. War auch ohne Absplittern, ohne Luft, ohne sonst irgendwo. War auch alles tippitoppi. Achso. Ja. Wir haben ja noch, ähm... Zweimal so... Kühl, äh... Ranzen, Rucksack mitgenommen. Damit wir ja dann unterwegs... Eben, ähm... Ja, Getränke oder sonstiges... Eventuell reinlegen können. Also für die Autofahrt sowieso. Und eben... Dort, äh... In Kroatien, wenn wir Urlaub machen... Ähm... Brauchen wir, ne? 5,99 Euro. Da kannst du auch nichts sagen. Ja. 14 Liter, ne? So. So. So, meine Lieben. Ich bedanke mich. Ne? Fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat dir gefallen. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles was Liebe. Liebe Menschen um dich herum. Positive Energie. Und bis morgen bis zum neuen Video. Tschöne Xenia. 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 Tschöne Xenia.